Hallo und Dehre miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejagd, den Demeterjax aus Mithelfranken. Heute gibt es mal ein fachliches Video zur Wurtmeiser LT15 Classic bzw. zu dem SW10. Ich habe ja schon angekündigt, ich möchte, wenn ich ihn mal durchblickt habe, ein kleines Video machen zu dem für mich unerlässlichen Teil an so einer Säge, dem Schnittstärkenrechner. Viel Spaß dabei! Dann legen wir mal los. Grundsätzlich, alles was ich jetzt erzähle, passt zur LT15 Classic und zum SW10. Was jetzt bei einer LT20 und so weiter Aufwärtsstandard ist, weiß ich nicht. LT15 Classic, SW10. Gut, grundsätzlich die Höhenvorstellung ist natürlich wichtig, damit ich weiß, wo läuft, verläuft mein Schnitt und wie stark oder welche Brettstärke habe ich dann auch. Das Ganze in der Grundausstattung kurbele ich manuell auf und ab. Da habe ich keinen Motor, habe ich keinen SW10 und muss mir das halt immer alles ausrechnen. Wo ist mein Nullpunkt und, 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 damit ich dann auch das richtige Ergebnis aus dem Stamm rauskriege, was ich haben will. Für mich war von Anfang an klar, ich möchte ein SW10 dazu haben. Ja, weil, was übernimmt der? Der übernimmt, wenn du weißt, was du aus dem Stamm willst, im Grunde alles für dich. Du musst nur auf Next Cut drücken und das Sägeband, der Sägekopf fährt dahin, wo du ihn haben möchtest. Der Sägeschnitt von 2 mm wird automatisch mit einberechnet. Und du hast quasi da eine Sicherheit, dass soweit alles passt. Gut, dann schauen wir uns mal an, was habe ich hier eigentlich alles auf dem Pult, auf dem Display. Die Tasten links sind jetzt eigentlich nicht für den SW10 speziell. Ich habe hier meinen Todmannschalter, ich habe hier meine Starttaste, dass die Säge läuft. Und ich kann hier eben meinen Sägekopf auf- und abfahren. Da drüben noch ein Notausschalter, hier wäre dann noch optional die Plätze für den elektrischen Vorschub. So, aber das Hauptteil ist quasi dieses Element hier in der Mitte. Ich habe ein Zahlenfeld, ich habe hier oben drei verschiedene Programme. Ich habe Safe Program, Set Height, Manual Program, Quick Program, Exit bzw. Delete Program, Bump Up und Next Cut. Hier unten noch zum Kalibrieren und für das Sägeband noch etwas. Gut, ich möchte euch heute mal drei verschiedene Programme, die wichtigsten Programme bei dem SW10 vorstellen. Vorab noch die kleine Info, was habe ich heute eigentlich vor? Ich habe mir hier von so einer Überlänge, habe ich mir drei Meter Stücke zugesägt. Da will ich jetzt eigentlich nur Bretter draus sägen. Also von oben bis unten nur Bretter, keine Balken, keine Latten. Und da kann man eben zwei Programme sehr, sehr gut nutzen. Deshalb nehmen wir das heute mal als Beispiel, wie man den SW10 bedient. Beginnen wir mal mit dem Programm, das ich bisher eigentlich am meisten genutzt habe, wenn ich Balken gesägt habe. Also wenn ich aus einem Stamm ein 12er auf 12er Balken raushaben will. Dazu habe ich immer das Manual Program benutzt. Manual Program heißt, ich speichere mir jetzt hier für jeden Baum mein neues Programm ab. Beginnen tut man das, indem man hier auf Manual Program drückt. Und dann habe ich hier P1 steht jetzt hier oben, das heißt Position 1. Der Schnittstärkenrechner fängt immer unten an, auf dem Sägebett, weil die Position kennt er. Also er weiß, wo ist mein Nullpunkt unten. Er weiß natürlich nicht, wo ist mein Stamm oben. Wo ist meine Oberkante vom Stamm? Und die gebe ich im Endeffekt mit der Position des Sägekopfs an. Also wenn ich den Sägekopf oben auf den Stamm auflege, dann weiß er, wo ist oben. Und unten kennt er sowieso seinen Nullpunkt. So, dadurch, deshalb fängt man unten an. Was ist quasi das Letzte, das ich unten haben möchte? Ich nehme euch jetzt trotzdem nochmal kurz ab. Wenn ich jetzt einen Stamm sägen möchte und weiß, ich möchte jetzt hier 12 auf 12 raus haben. Dann fange ich an, ich lege mir hier mein zölliges Brett drüber, weil dieses Maß hier ist auch zöllig. Und messe mir eigentlich hier meine Oberkante raus. Hier soll quasi die Oberkante von meinem Balken sein. Das messe ich mir von meinem zölligen Brett hoch. Nehmen wir mal an, das wären jetzt 25. Merken wir uns, der tiefste Schnitt quasi muss auf 25 sein. Danach möchte ich meinen Balken wieder drehen. Beziehungsweise tiefer möchte ich nicht sägen. Das Ganze sage ich jetzt, der unterste Punkt ist 25. Das heißt, ich bin auf P1, nachdem ich einmal Manual Program gedrückt habe. Das Ganze ist natürlich im Millimeterbereich. Also gebe ich jetzt ein, 250. Nächster Programmschnitt. Das heißt, er würde jetzt auf die Höhe 25 fahren. Und jetzt mache ich das so, wenn ich meine Oberkante von dem fertigen Balken habe, sage ich mir immer, ich möchte zöllige Bretter haben. Deshalb drücke ich immer wieder nächster Programmschnitt 24. 24 Millimeter. Und jetzt fängt es hier oben das Blinken an. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro so gut sieht, weil es für euch ein bisschen flackert. Aber sobald ich die Höhen eingegeben habe, also 25 und dann nochmal 24, 24, 24, 24, 24. Und sobald ich an der Höhe des Sägekopfes angekommen bin, die Position, dann sagt er Stopp mal. Ich fange jetzt mal das Blinken an und sage dir damit, weiter geht es nicht. Du bist jetzt am Maximum. Das heißt, du könntest jetzt weiterhin immer weiter was eingeben, aber sagst du, jetzt ist Schluss. Bestätigen tut man das Ganze mit Next Cut. Dann fährt er auf diese Position. Das ist jetzt zufälligerweise gerade die, wo ich jetzt bin. Und dann, wenn ich das habe, betätige ich Save Program. Und sage dann Next Cut. Und jetzt fährt er mir zu meinem Next Cut. Dann habe ich das Ganze gesägt. Fahre wieder zurück in Ausgangsposition und sage wieder Next Cut. Und er fährt mir wieder meine 24 Millimeter plus 2 Millimeter Sägeschnitt nach unten. Wieder Next Cut. Und jetzt sind wir beim P1, beim untersten Punkt, bei 25 und jetzt sagt er End Program. Somit habe ich jetzt die Oberkante vom Balken. Jetzt würde ich den Balken um 90 Grad drehen. Und die anderen Seiten besäumen den Mess wieder von unten. Und sage, mein unterster Punkt ist 25. Gehen wir wieder raus aus dem Programm. Gehen wir davon aus, ich habe den Balken jetzt gedreht. Mess wieder, was ist mein höchster Punkt, den ich haben will. Ist jetzt mal 30. So, und danach wieder 24, 24, 24. Wie auch immer, was ich da oben haben will. Wenn ihr 40er-Bretter haben wollt, dann macht der Verzicht raus. Aber so ist im Grunde das Programm, Manual Program beschrieben. Ich kann mir immer wieder für jeden individuellen Stamm bzw. Balken, was ich raus haben will, meine Schritte einprogrammieren. Wichtig, F, du fängst immer unten an beim letzten Schnitt, weil er seinen Nullpunkt kennt und arbeitest dich nach oben. Das Programm fährt dir natürlich dann rückwärts ab, von oben nach unten. Gut, das war es soweit zum Manual Program. Das war es jetzt zum Manual Program. Jetzt habe ich ja gesagt, das brauchen wir jetzt aber hier, wenn wir die Bretter sägen, eigentlich nicht. Weil ich dann immer wieder neu messen müsste. Ich muss immer wieder einprogrammieren. 24, 24, 24, 24. Das ist natürlich, wenn ich eine feste Abfolge habe, wie jetzt hier, dass ich sage, ich mache immer 24er-Zöllige Bretter. Dann kann man das schon so machen. Das ist kein Thema. Aber das ist halt ein bisschen aufwendiger. Dafür habe ich jetzt für mich zwei andere Programme nutze ich da. Und zwar, gehen wir nochmal runter. Wie beginne ich jetzt eigentlich, so einen Stamm in Bretter aufzusägen? Ich würde jetzt 1, 2, 3 zöllige Bretter runterschneiden. Oben habe ich ja hauptsächlich die Baumkante dran. Das wird Abfall. Und dann beginne ich ja, Schwarten zu sägen. Das heißt, sowas dann am Ende. Ich säge hier etwas runter, das aber links und rechts noch eine Baumkante hat. Das werde ich dann im Nachhinein nochmal besäumen. Das mache ich, bis ich so mal geschätzt ungefähr hier bin. Und dann drehe ich den Stamm um 90 Grad, mache das auf dieser Seite wieder. Drehe den Stamm wieder um 90 Grad, mache es auf dieser Seite. Drehe den Stamm wieder auf 90 Grad. Und dann habe ich die letzte unbesäumte Kante oben liegen. Und dann kann ich im Grunde anfangen, von oben nach unten die Bretter runterzusägen. Dann habe ich schon besäumte Bretter. Weil ich kann jetzt natürlich auch sagen, ich säge jetzt einfach nur von oben nach unten das hier runter. Ist aber sehr kompliziert von den Klemmen. Also ich kann es dann fast gar nicht mehr festklemmen, weil ich ja hier die Rundung habe, die ich dann nicht mehr schön festhalten kann. Deshalb besäume ich es erstmal von allen vier Seiten und habe dann einen dicken Balken, ein dickes Kantholz und schneide dann meine Scheibchen runter. Genau. Wie mache ich das jetzt am einfachsten oder am schnellsten? Ja, wie mache ich es am schnellsten? Das ist das Wichtigste. Deswegen ist der SW10 da, damit man sich ein bisschen die Zeit spart. Das mache ich mit zwei verschiedenen Modi. Das mache ich hier mit dem Quick Program. Das Quick Program ist eben für feste Abfolgen, wenn ich immer gleiche Schnitte habe. Das heißt, sobald ich, ich gebe jetzt mal die Brettstärke ein, die ich haben will, in dem Fall 24, steht hier bei Board. Also das hier oben nochmal ganz kurz zur Erklärung ist die Saw Position. Wo sitzt mein Sägekopf gerade? Und das ist die Board Thickness. Also wie viel, wie stark ist das, was ich jetzt gleich säge? Ich habe jetzt hier die 24 Millimeter eingegeben und dann klicke ich auf Quick Program. Und dann sagt er, da macht er jetzt alle Abfolgen. Immer wenn ich auf Next Cut drücke, geht er immer um 24 plus 2 Millimeter Sägeschnitt. Also um 26 Millimeter nach unten. In dem Fall, wo fange ich jetzt an? Das ist hier auch wichtig. Ihr sagt jetzt eben hier P9. Das heißt, er hat mir jetzt neunmal die Abfolge 24 Millimeter programmiert. Warum macht er das? Das macht er aufgrund der Höhe vom Sägeband. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann beginne ich oder lege ich mein Sägeband oben auf den Stamm auf. Dann kennt er wieder seinen höchsten Punkt. Wo ist mein Stamm am Ende? Und dann sage ich 24, gehen wir nochmal raus. Dann sage ich 24 Quick Program. Und dann sagt er P9. Und also neun Programme habe ich jetzt für dich mit 24 Millimeter. Immer wichtig, sei es im Manual Program, im Quick Program. Wenn ihr da was einprogrammiert, ihr bestätigt das Ganze im Grunde. Ihr speichert es nicht, ihr bestätigt es, indem ihr auf Next Cut drückt. Dann fährt er auf die Position. Und jetzt immer wieder am Ende, also sowohl bei Quick als auch bei Manual, Save Program drücken. Somit hat er es oben gespeichert. Was man jetzt noch zusätzlich machen könnte, wäre auf nochmal Save Program. Dann würde er auch die Höhe speichern. Das ist dann wieder wichtig, am Ende, wenn ich durchgefahren bin, wenn ich auf Bump-Up gehe. Bump-Up heißt, er fährt mir dann im Normalfall zwei Millimeter hoch, damit ich quasi oberhalb von dem letzten Sägeschnitt drüberfahren kann. Aber wenn ich jetzt theoretisch zack, 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 immer wieder mehr Bretter sägen will, ohne die abzunehmen. Dann kann ich auch diese Position, die er jetzt hat, als Set Höhe speichern und kann dann beim Bump-Up, geht er mir einfach hier wieder hoch. Gut, ich habe jetzt eingespeichert P9 24, das heißt, er macht mir jetzt immer eine Abfolge von 24 Millimeter. Damit beginne ich, fange hier an und werde dann den Balken, wenn ich sage, jetzt passt es mir von der oberen Kante, und dann drehe ich den Balken. Das hätte ich gesagt, mache ich jetzt mal und dann, wenn ich ihn einmal gedreht habe, zeige ich euch den Rest. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 So, jetzt habe ich drei Seiten besäumt. Jetzt habe ich die vierte Seite. Ich habe hier eine gerade Kante, kann es hier unten gegen die Anschlag-Nasen drücken und muss es nicht mehr die hohen Anschläge hoch tun. Und zum Festklemmen nimmt man jetzt die hier. Das heißt, so werden die unten an diese Kante hingemacht. Damit gehe ich auch sicher, dass der unterste Schnitt, dass ich nicht reinsehe. Ich habe den Baum jetzt von drei Seiten besäumt. Jetzt kann ich quasi von oben beginnen, nach unten zu sägen. Jetzt säge ich einfach nach unten durch. Wichtiger Hinweis, ich will hier zöllige Bretter mit 24 schneiden. Die säge, zumindest die LT15 Classic, ich kann es von den anderen Modellen nicht sagen, der tiefste Schnitt, den sie machen kann, sind keine 24 Millimeter, sind 28 Millimeter. Das heißt leider, der unterste Schnitt, das unterste Brett wird immer 28 Millimeter hoch. Das zur Erklärung seht ihr gleich beim Programmieren. Gut, dann nutzen wir jetzt mal das nächste und letzte Programm. Das nächste und somit auch letzte Programm, das ich euch heute vorstellen werde, sind diese drei Tasten hier oben. Programm A, Programm B, Programm C. Das sind jetzt quasi, ich habe dreimal die Möglichkeit, mir eine feste Abfolge hier einzuspeichern, die ich immer wieder aufrufen kann. Sobald ich hier drauf drücke, fährt er mir das Programm, das ich ihm abgespeichert habe, runter. Warum nutze ich das jetzt und warum nicht das Quick Program? Das Quick Program nutze ich jetzt nicht, weil, wie ich es gerade erwähnt habe, ich kann unten keine 24 Millimeter, das unterste Brett kann keine 24 Millimeter werden, das wird 28 Millimeter. Deshalb würde ich jetzt das Quick Program machen und sagen, immer wieder 24, was würde passieren? Er würde das schon machen, er würde das bestätigen, aber mein letzter Schnitt unten, er will ja 24 machen, kann sie aber nicht machen. Das heißt, ich habe unten noch ein Brett Verlust in dem Fall. Deshalb speichere ich mir, wenn ich jetzt sowas vorhabe, wo ich jetzt einfach ein paar Bäume mit fester Abfolge machen möchte, nutze ich jetzt eins der Programme. Diese Programme, ich mache es jetzt mal mit B, weil A habe ich mir schon abgespeichert, wenn ich hier lange drauf drücke, dann kommt PRB, also Programm B und dann zeigt er mir jetzt hier, das ist schon was eingespeichert, das sind 65, das heißt 6,5 Zentimeter hat hier schon jemand eingespeichert. Alle Schritte macht er hier 65 Millimeter. Was will ich jetzt machen? Gehe ich mal auf Programm A, da ist er schon, P1, da sagt er, P1 ist 28 Millimeter, mein unterstes, oh ne, stopp, gehen wir nochmal raus. So, Programm A, das war das, das ich mir eingespeichert habe, das heißt P1, unterste Position, 28 Millimeter. Somit gibt er mir keine Fehlermeldung, das kann er sägen. P2, 24 Millimeter, 24 Millimeter, immer wieder 24. Kann er jetzt unendlich hoch stellen, ist mir ja auch egal. Ich habe ja immer wieder unterschiedlich hohe Bäume, Balken, aber er startet halt da, wo er gerade ist. Könnte aber theoretisch das bis uns endliche hochtun. Wichtig ist mir, dass der letzte Programmschnitt 28 Millimeter ist, somit habe ich die maximale Ausbeute. Wie programmiere ich das Ganze jetzt? Ich halte das, ich nehme jetzt mal B, weil A hatte ich mir schon programmiert. Du hältst das Programm, das du möchtest, gedrückt. Sagt der Programm B. Und dann lange hier auf Delete Program drücken, dann hat er hier auch Clear angezeigt. Das heißt, jetzt ist es gelöscht und ich kann es mir jetzt neu programmieren. Das heißt, ich bleibe hier drauf. PRB. Und da ist jetzt nichts mehr hinterlegt. Und er sagt jetzt P1. Machen wir das mal, wie wir es vorhin gemacht haben. Und das Display ist 28 Millimeter. Nächster Schritt 24 Millimeter. Nächster Schritt 24 Millimeter. Und so weiter und so fort. Und sobald ich dann mein Programm beendet habe, klicke ich wie immer auf Save Program. Und save leuchtet. Und somit, wenn ich jetzt hier auf PRB, also Programm B drücke, zeigt er mir PRB. Und wir können es mal durchklicken. Programm 1, 28 Millimeter. Und, 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 und. Und so, das war jetzt die Erklärung der Programme und für was man es alles nutzen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe einmal mein Manual Programm wichtig oder habe ich jetzt bisher benutzt, wenn ich einen Baum auflege und einen Balken daraus sägen möchte. Messe ich von meiner unteren Kante hoch, wo soll mein höchster Schnitt sein. Gehe dann auf Manual Programm und programmiere mir manuell meine Schritte von oben nach unten ein. Ist danach, wenn das Programm durchgefahren ist, auch wieder weg. Das heißt, ich muss immer wieder für jeden Baum individuell machen. Gut. Quick Program sagt, ich nehme mir meine Brettstärke, die ich haben will, 24 Millimeter. Klicke auf Quick Program. Und er macht mir ein Programm, das immer 24 runterfährt. Kann ich auch immer wieder neu verändern, indem ich jetzt 52 eingebe. Und Quick Program, macht er mir halt lauter 52er Schnitte. Ist dafür geeignet, wenn ich jetzt diese Bäume vorher besäumen will, bevor ich meine Bretter säge. Und die dritte Möglichkeit, wenn ich immer wieder das gleiche sägen möchte, mir feste Programme zu hinterlegen. Ich klicke da drauf und er fährt mir, egal was ich für einen Baum da drauf habe, immer wieder das gleiche Programm ab. Gut, das war es dazu. Jetzt machen wir mal den Baum noch fertig und dann haben wir es. Bis zum nächsten Mal. dann sind wir fertig wie man jetzt auch hier man weiß nicht ob man es erkennen kann das unterste ist jetzt etwas stärker sind die 28 mm und hier habe ich jetzt 1,2,3 oder das oben ist noch nicht besäumt 1,2,3,4,5 fertige Bretter so funktioniert es mit dem SW10 ganz einfach aus einem Baum Bretter zu machen grundsätzlich sollten somit die drei hauptsächlichen Schnittprogramme erklärt sein es gibt noch mehr von der Kalibrierung und 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 das alles findet ihr aber in der Anleitung da hinten steht sie und was natürlich auch schön und praktisch ist es wird auch immer so ein kleines so eine kleine kurze Anleitung mitgeliefert wo ihr hier im Grunde auch stehen habt die Schnittprogramme einzuprogrammieren Quickprogramm gleiches Maß schneiden Manualprogramm unterschiedliche Maße Speichern eines neuen Programms und 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 also somit ich hoffe für diejenigen die sich jetzt neu so eine Serie zugelegt haben für die die den SW10 das erste Mal verwenden ich hoffe euch hat es geholfen dass ihr da mal ein bisschen was erfahrt über die grundlegenden Dinge des SW10 wenn es euch gefallen hat klickt auf gefällt mir abonniert damit ihr nichts mehr verpasst und immer fleißig kommentieren macht's gut schöne Woche ciao Ciao